und damit ein herzliches willkommen hier bei let's play minecraft gaming und wir sind ja direkt in der nacket mine wieder gelandet mit dem lieben ms universe ja abend und auch so was wollten wir eigentlich in der letzten folge machen weißt du das noch glaubt mir wollten ob man da unten was finden ja genau ob wir was fahren können du hast aber nur ein stück gegraben gehabt okay dann gehen wir einfach mal hier weiter gucken wie weit wie tief sind wir eigentlich dann es sind auf stufe 39 wie weit müssen wir rund um irgendwelche guten sachen zu bekommen warte mal auf also und unter aus um die 20 mit passiver noch ich habe eine hülle gefunden gut ich habe eine hülle gefunden okay wir müssen jetzt aufpassen da könnten monster drin sein ob keine fackeln mehr keine fackeln ich habe ich habe noch ich habe noch einmal da oben die kohle weg ich brauche kohle da kann ich wackele mache und ich holz habe ist ich habe ich habe 16 stück machen wir da oben die kohle weg mache ich noch einmal ein paar ja auch kohle ist komisch okay okay so da ist hier ein ganz großer raum da werden wir einfach mal hier eine treppe bauen damit wir da runter können so das sind ganz viele gänge also wir sind in einer ganz großen hülle gelandet das ein wenig ja abgekackt ist na so die kohle habe ich auch nur etwas kohle hätte ich jetzt diesen shadermod an dann hätte ich mit der fackel bisschen was mehr ausgeleuchtet aber ich habe den shadermod halt nicht an weil ein eisen 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 einmal eisen weil mein fraps halt immer ein bisschen abbrecht und das ist nicht so gut ich tue mal ganz wenig hier ausleuchten das wäre ein schöner tun das wäre ein richtig schöner tun das muss ich dir mal anschauen wo bist du ungefähr ja genau so erstmals essen hier ich habe nichts mehr dabei hast noch was dabei ein essen kartoffeln habe doch 20 stück guck das meine ich hier der gang der wäre richtig schön zu bauen oder ja so haben würde ich nur dort zu messen haben genau dankeschön so okay ich bin jetzt voll um mal ein paar mal das eis ab genau macht das mal hier ist lava haben wir in einmal dabei wir könnten dabei eigentlich auch ganz gut gebrauchen ich mache ich mache gleich einen ofen dann kann ich einen eimer machen ich habe acht eise jetzt dabei mache ich mal schnell da habe ich meine werkbank bist du auf den ofen dahin okay gut so erstmal gucken ich baue mal hier eise schmilze warum schmilze ich ein eiser warum mache ich denn das mal klar der konnte hier vollkommen gelangt doch doch eise bache dabei einmal soll ich schon mache langen zwei jahres lang zwei weil mir geht nämlich so gebe ich dir mal einen eimer dankeschön Leute ihr fragt euch sicherlich warum ich am freitag kein video aufgenommen gehabt habe ich war an den tag unterwegs gewesen dann habe ich war ich dann dazu besucht bei meinem freund also beim ms universe und da habe ich bei ihm gepennt und hatte ich irgendwie keine zeit gehabt irgendwie ein video zu machen am freitag das tut mir ein bisschen leid aber dafür habe ich nahmen donnerstag habe ich dann überlänge gemacht gehabt damit jeder was zu schauen hat es also so eine 30 minuten folge so das wollte ich euch mal ganz kurz sagen um ich habe hier eine schöne treppe hinten gebaut musste mal anschauen aber ich glaube nur wenn du mein ofe damit immer wieder auf den ofen können wir gut gebrauchen können wir stehen lassen eigentlich wir haben sie dort woche ich habe gebaut dann machen wir hier das so weg hinter dir einfach hinter dir die ecke da ich bau das man bisschen schöner aus damit wir hier so hochlaufen können jetzt sagen wir machen diese reihe weg dann sind wir da mal eine bergbank wo ein ofe hin ok gut so da werden wir jetzt einfach mal direkt hier den boden hier wegschlagen machen wir einfach mal ganz ganz normalen stein hin weil es sieht ein klein wenig schöner aus hochsteigen ja normaler stein kostet so oh man mein auge tut wieder ein bisschen weh jetzt habe ich doch richtig nochmal scheiße hol dich doch und damit ein herzliches willkommen zurück bei let's play minecraft gaming meine flaps aufnahme ist ganz kurz kaputt gegangen wieder mal aber ms universe war letztens da gewesen hat alles weg gemacht gab dann dateien und so und es ist trotzdem immer noch kaputt ich weiß nicht warum ich weiß auch nicht wieso ja wir machen eigentlich wir machen jetzt weiter ne also wir wollten hier irgendwie weitermachen oder ja aber wie ist dein auge weh ja das habe ich ja davor in der aufnahme gesagt gehabt weil es irgendwie Tränen hatte weiß nicht so weißt du das ist einfach so geflossen das ist komisch halt ich weiß nicht egal machen wir einfach weiter es ist wieder besser also es geht wieder besser so weißt du was gerade ganz cooles im fernsehen läuft ms universe ne ich weiß nicht was im fernsehen läuft als äh auch so zeit zielten zu tief weil alt das sterbt nicht also es läuft gerade der schul ist meine turner schönes das ist ein schöner film sehr guter film sogar der gefällt mir immer so wir machen jetzt mal den ganzen boden hier weg schlagen die mal ab hier ähm ja also es tut mir echt leid mit der freps aufnahme mit dem freps keine steine mehr mit dem freps einbruch ich hab noch genug steine ich mach das mal ja so machen wir das so zack 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 haben wir habt ja was vor da hab da baue ich einen nebengang wo auch wieder runter geht ja der hacke kaputt wie immer so jetzt haben wir hier eine schöne treppe gebaut mit dem weg und eine zweite treppe läuft doch es ist sehr gut so wir müssen es erstmal den ganzen raum hier ähm ein bisserl koordiniert abschlagen damit es ein bisschen schöner noch aussieht machen wir das mal so und was 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 weggeben macht weggeben was genau was hast du vergessen nicht nicht so aber ja 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 so ok ähm das mache ich noch weg das mache ich noch weg das mache ich noch weg das sieht doch schon ein bisschen schön aus hier also muss man euch sagen Klar, es ist jetzt kein besonderer Weg, aber wir machen das zum Teil immer so, dass wir wissen, da sind wir halt durchgegangen und alles und da haben wir auch schon unsere Sachen gefarmt und da wissen wir auch den Weg zurück und alles und das ist halt das Schöne dabei. Da können wir auch hochbauen und können unsere Stadt damit verbinden, das finde ich halt recht cool. So, machen wir das so. Das Eisen schlagen wir natürlich auch ab, das ist wichtig. Dann ist diese Steine noch ab. Brauchen wir Kohle, ja, die Kohle brauchen wir auch. Kohle kann man immer gebrauchen. Gut, sehr gut. Kohle nehme ich mit. Zack, zack, zack und zack. Das sind immer noch so viel Kohle da oben. Oh Mann, oh Mann. Da ist noch Kohle. Oh, wie viel Kohle da oben ist. Mensch, da muss ich jetzt extra hochgehen und die Kohle abschlagen. Das ist nicht normal. Was machst du gerade so Schönes? Goldfunde. Oh, Gold gefunden. Ja. Das ist schön. Gold ist immer gut. Wie ist es jetzt zum Goldgräber, he? Und damit ein herzliches Willkommen hier zurück bei Let's Play Minecraft Gaming. Das ist jetzt schon der dritte Fraps Einbruch. Ich weiß nicht, was ich machen soll. MS Universe hat jetzt gerade gesagt, dass er vielleicht morgen oder so vorbeikommt oder übermorgen. Ich weiß es nicht genau, ob er da vielleicht Zeit hat. Das wissen wir jetzt nicht genau. Und dass er mir den PC halt nochmal ganz neu einstellt. Wegen diesen Fraps-Problem. Damit ich da gerade die nicht aufnehmen kann. Ähm, wird es glaube ich morgen, also ich denke am Montag und am Dienstag vielleicht keine Videos kommen. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Und das wieder am Mittwoch direkt wieder durchstarten. Weil das mit dem Fraps-Problem ist halt für mich sau wichtig. Ich kann direkt da nicht aufnehmen und das ist halt blöd. Ähm, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge Minecraft Gaming wieder. Ähm, mit dem lieben MS Universe und mir den Doomsday. Bis dahin. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.